Not-OP für die Saalefee. Nach einem Motorschaden ist Bärmburgs Ausflugsschiff am frühen Dienstagmorgen zur Reparatur abgeschleppt worden. Dafür fuhr das Schubschiff Gnu vor. Nachdem beide Schiffe fest miteinander verbunden wurden, ging die Reise stromaufwärts los. In den kommenden Tagen soll der Motor in der Werft im Ukrainer instand gesetzt werden. Das 1987 gebaute Schiff soll, wenn alles glatt läuft, zum Saisonstart im April wieder fahrbereit sein. Dann können sich die Bärmburger und ihren Gäste unter anderem auf Schleusen, Spazier- und im Herbst auf Glühweinfahrten freuen.